Moin moin und herzlich willkommen zurück zu die Elder Scrolls Arena. So, wir brauchen wieder das Shielding und die Dinger hier nochmal. Können wir hier über die Schluchten fliegen, wenn wir den kaputt machen hier. Da schon der nächste. Aber gut, dass wir jetzt hier durchfliegen können. Da schon. Ach, nö. Nochmal Shielding und... Heal True, komm. Nochmal. Nochmal Shielding. Nö, 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 nö. Nein, 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 nein. Hier, hier, hier das. Genau, und... Nochmal Shielding. Ne, da ist noch einer. Oh. Wie viele? Das waren aber sehr viele von denen. Ach, brauchen wir nicht, okay. Oh. Das waren sehr, sehr viele von denen. Gerade. Da ist noch einer. So, wo müssen wir hin? Ich glaube eher Richtung Norden. Oder hierhin. Ach, weiter Norden geht nicht. Vielleicht ist hier schon Ende. Ja, das sieht so aus. Gehen wir mal da hin. Und zwar haben wir zu viele von denen. Ah, okay. Wir können wieder nicht mehr fliegen. Nochmal Shielding. Ui. Hier haben wir aber. Ah. Inventar wieder voll. So, was können wir wegschmeißen? Den Steelhelm können wir auf jeden Fall wegschmeißen und droppen. Den hier können wir droppen. So, was haben wir noch? Vorher mal Y-Ex brauchen wir nicht. Eigentlich ist es nicht mehr zu sein. So, was haben wir noch? Was haben wir noch? Alter, da haben wir auch schon wieder fast 40 Stücke weggeballert. Komm, den will ich. Crystal, genau. Und den hier. Okay, aber wo müssen wir dann stattdessen hin? Hierhin vielleicht. Würde ich sagen, gehen wir zuerst. Hier machen wir aber nochmal ein kleines Save Game auf die drei. Nicht, dass wir hier jetzt wieder von denen attackiert werden und wieder drauf gehen. Und dann war alles umsonst. Da haben wir wieder zwei von denen. Okay. Hier scheint es auch nicht viel zu geben. So, diese Tür, da waren wir schon. Das heißt, kann nur noch hier irgendwo sein. Oder hier in dem Bereich, wo wir noch nichts erkundet hatten. Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, wo das letzte, beziehungsweise das sechste Stück vom Stab sein könnte. Es sei denn, hier kommt gleich noch eine Ebene, die ebenfalls so groß ist. Ich hoffe, eher weniger. Da müssen wir nur hin. Ja, sieht so aus. 31 Goldstücke, nice. Und hier sind wir auf jeden Fall richtig. Auf der Weg zumindest. Jetzt sind wir wieder mit ganz normalem Laufen. Okay, hier geht es sonst nirgendwo hin. Also nur dieser Weg. Ah, es sieht schon danach aus, als wäre hier gleich was. Hier oben ist auf jeden Fall nichts. Ah, wieder spinnen? Okay. So, hat er was? Der hat nichts. Ich hoffe, nur keine Geister wieder. Okay. Links oder rechts? Wir gehen erstmal hier hin. Ah, hinter mir. Jo, mein Leben wieder. Ah, okay. nochmal ein kleines Savegame, auch die drei. Ah, okay. Das wäre so oder so derselbe Weg. Egal, ob links oder rechts. Das heißt, wir müssen hier mal hin. Äh, just a near the stairs leading down. Ach, ne. Es geht noch weiter runter. Ja, okay. Krypta der Herzen, ne. Und es geht noch weiter runter. Das heißt, hier Savegame auf die 1. Und wir haben schon ordentlich was verballert. Wir sind aber auch schon ein paar Tote. Wo ist denn der? Ach, hinter mir waren die. Ah. Nochmal ein paar Spinnen. Okay, jetzt nochmal Shielding. Und Heal True. Und ich hoffe, die halten noch ein Weilchen aus. Woher kommen die jetzt schon wieder? Ja, okay. Hier gibt's nichts. Nicht mal eine geheime Tür. Das heißt, wieder zurück und den anderen Weg mal versuchen. Okay, hier ist niemand Unglück. Ah, okay. Hier war eine geheime Tür. Ja. Noch eine geheime Tür. Wo ist der? So, schnell nochmal heilen. Und nochmal auf die Map gucken. Ja, das wird ein Spaß. Wenn's hier genauso riesig ist wie... wie oben. Oben haben wir ja auch tausend Jahre verbracht. Ja, geh endlich drauf. Ah, okay. Der macht ihn jetzt auf. Okay. Ich geh hier noch ein Skelett irgendwo. Da. So, nochmal Shielding. Und Healing. Ah, dahinter ist auch noch Lava. Das ist ja interessant. Aber ey, das ist... Alter, die Map ist... Die hier ist auch wieder zu groß. Wir gehen erstmal da hin. Das war jetzt nicht ich, der es auch gemacht hat. Nee, wir gehen da noch nicht hin. Wir gucken, vielleicht finden wir hier noch... Okay, und das ist auch nicht, außer der Weg zurück. Oh, die Tür. Okay, wir sind am östlichsten Rand. Ich hoffe wirklich, dass hier unten es nicht so riesig ist wie oben. Da oben hätten wir auch wahrscheinlich die nächsten 5000 Jahre verbringen können. Ich seh schon, wir sind gleich wieder diseased. Der hat nichts mit dem. Und auch nichts. So, nochmal Shielding und... Okay, der funktioniert noch. Gut. Dann schauen wir mal. Wir können hier erstmal reingehen und schauen, was passiert. Was wir finden. Vielleicht eine geheime Tür. Das ist einfach nur eine Sackkasse. Es ist nichts weiter als eine Sackkasse. Ach, hinter mir. Hier war eine geheime Tür, okay. Beziehungsweise irgendwo eine geheime Doppeltür. So, und wieder in einem Darkroom. Ach, nee. Ja, schon wieder. Das, 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 das. So, nochmal Shielding. Funktioniert noch. Shield true. Ah, und der macht mir noch die ganze Shielding kaputt. Da hinten ist noch einer. Da hinten ist auch noch einer rechts. So. Lightbränke können aber auch ruhig ein bisschen mehr heilen. Hätte ich nichts gegen. So, nochmal Healing. Und noch einmal. Und noch einmal. Können wir jetzt mal die Schätze hier einsammeln. Da ist doch noch einer, hein? Okay. Kommen wir an den Rand? Ja. So, 91 Goldstücke. Und gleich können wir nicht mehr fliegen. Ich sehe schon. Dann fallen wir in das schwarze Loch hier. War hier nicht noch irgendwo ein Schatz? Ja, hier zwei bösen Hundis. So, und. Mal Shielding. Und. Ja, hier erstmal Richtung Westen oder. Ich glaube, am Westen haben wir. Am besten Richtung Westen. Damit wir wissen, wo dann der westliche Rand ist. Vielleicht auch nochmal vorher ein Save Game auf die drei. Wollen die mich verarschen? Da ist noch ein Weg nach unten. Geht noch weiter runter. Ernsthaft? Geht noch weiter runter. Ach du Scheiße. Ja, dann gehen wir mal runter. You enter the third level of the Crypt of Hearts. The walls are covered with a sticky, foul-smelling, muschers-like substance. In the distance can be heard screams of agony. Genau, genau. Und das war's dann jetzt hier. Ich glaube, das ist der letzte Level. Digga, was ist mit meinem Shielding? Warum ist er so schnell kaputt? Oder sind die Gegner hier einfach so stark? So, den können wir looten. Wie, ich kann wieder keinen Mark mitnehmen. So, dann machen wir den hier. Weg. So, klar können wir wegschmeißen. So, sonst noch irgendwas? Okay, erstmal nix. Ich glaube, hier werden wir mal wieder fliegen. Hier hat er ein Zombie. Und den Bracelet können wir auch nicht mehr mitnehmen. So, dann können wir den wegschmeißen und droppen. Ich glaube, mehr werden wir auch nicht mehr mitnehmen können. Ah, Gule. So, Bracelet, wo haben wir lassen, wenn wir mal da? Und wo sind wir genau jetzt? Westlichster Rand. Das heißt, wir müssen Richtung Osten. Nein, geh weg. Ah, hier ist die Sackkasse. Doch nicht. Hier ist ne Tür. Ja, hier haben wir die Tür. Noch ein Schatz. Der Katana lassen wir da. Sonst gibt's hier nichts, ne? Ne. Tolle Bescherung. Ah, komm, ich will da durch. From the somewhere comes the smell of sulfur and along with... Okay, ich würde sagen, hier hin vielleicht. Natürlich greifen die wieder an. So, dann hier und Mark können wir auch nicht mehr mitnehmen. Dann reicht das wohl auch. Hier nochmal kurz... Kurz ein Save geben, auch die zwei diesmal. Und... Nochmal Shielding und... Healing. Und dann schauen wir mal, wo wir hin müssen. Dahinter uns ist ne Tür. Komm, geh doch drauf. Gib doch endlich! Der braucht aber auch ewig. Ähm... Ähm... Nochmal... Field Crew und... Shielding. Achso, der hat sich selber ausgeschaltet. In der Tür? Irgendwo? Hoffentlich ne geheime? Nein. Weiter nach Norden geht's bisher nicht. Das heißt, entweder... Das muss irgendwo hier sein. Der richtige Weg. Wenn jetzt noch eine vierte Ebene kommt... Ah, da oben. Äh, da vorne. Ja, ich merke schon, ich werde hier wirklich wieder diseased sein. Äh, lieber vielleicht machen wir auch nochmal kurz... Äh... Healing. Was haben wir hier schon? Ne, das ist ein komplett neuer Raum. Vermute... Den Tor können wir nicht mitnehmen. Ich hoffe, hier ist das richtig. Der Fallwind passes bei. Juhu, mein Leben wieder. Nein, die Bracers. Okay, Shielding funktioniert aber noch. Alter. Äh... Ich vermute, da müssen wir hin. Machen wir den hier. Boah. Äh... Shift-J. Wollte schon sagen, ich hänge hier jetzt fest. Hier vielleicht nochmal ein Save-Game auf die 3. Dann schauen wir mal. Okay, interessant. Das sieht richtig aus. Ist es aber nicht. Den Tor können wir auch nicht mitnehmen. Toll. Okay, aber wo müssen wir hin? Ah, und dieser Ruckler. Sieht kein Geheimgang? Doch, hier gibt es einen. Vielleicht macht es aber erst mal mehr Sinn. Da irgendwie diese Tür nehmen. Ich hier irgendwo sein sollte. Willst du schon hier sein? Warte, 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 warte. Ganz schnell. Äh... Warte mal. Erst mal... ...diss. Dann... ...wieder voll machen. Und ich hoffe, Shielding funktioniert noch. Wo ist denn der Darn-Ride? Okay, aber hier sind wir auch falsch. Oder doch nicht. Da ist eine Tür. Wie kaputt. Du auch. Das ist ja noch irgendwo einer. Ich will den nur nicht. Welt können wir auch nicht mehr mitnehmen. Hier ist irgendwo ein Drache in der Nähe. Oder wie sie sie nochmal hießen. Homunculus, glaube ich, hießen. Ja, okay, da, aber... ...warte mal. Wir hätten auch hier rum so runter. Vielleicht ist es hier. Doch es ist nicht ganz im Süden. Natürlich, geh du mir auch noch auf den Sack. Ähm... ... ... ... ... ... ... ... Alter, die Heilsränke. So, dann nochmal fliegen. Yo, wir müssen wahrscheinlich gleich die Flucht ergreifen. Jo, übertreibt nicht. Noch einer? Ja, wir müssen gleich die Flucht ergreifen. Definitiv. Aber das können wir auch nicht mitnehmen. Wie viele Tränke haben wir noch? Und so dann? 35. Ja, wir müssen die Flucht ergreifen. Das heißt, in der nächsten Folge hauen wir hier ab. Rüsten uns nochmal auf. Machen alles nochmal voll. Und dann suchen wir uns den Weg wieder zurück hier runter. Wenn wir den letzten Stabteil finden. Wir müssen einiges auf jeden Fall reparieren. Wir müssen einiges verkaufen. Dann haben wir hier nochmal ein bisschen Loot. Ein bisschen Geld können wir dadurch wieder verdienen. Und dann gehen wir hier nochmal hin. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao. Ich bin's, euer Max Deus. Ich bin's, euer Max Deus. Ich bin's, euer Max Deus.